Was rasiert man denn sich da rein? Oh Gott, oh Gott, wenn du dann so angleichen möchtest und dann fair rasierst du dich und dann ist plötzlich hier, aber hier ist noch, das gefällt mir aber nicht so gut. Der kann sich gleich verfatzen. Gibt es da ein Image oder nicht? Wie mache ich das? Muss ich irgendwie entsprechen? Ja oder nein? Du musst erst mal. Mein Name ist Ariane Alter, ich mache Formate wie Gute Nacht Alter oder Das schaffst du nie und über Telonym hat uns eine Frage erreicht und zwar, Wenn man darüber spricht, dass Mädchen unten rasiert sind, wird gemeint, dass man keine Haare sieht oder dass so ein Zentimeter auch noch klar geht. Eine Frage, die mich damals sehr ungetrieben hat. Ich habe eine Lösung gefunden und hier kommt meine Rasurgeschichte. Also, um hier gleich mal was klarzustellen. Klar geht? ist schon mal der vollkommen falsche Ansatz. Als ich jung war und endlich in die Pubertät kam und endlich dann irgendwie meine Körperbehaarung sich auch unabhängig von meinem Gesicht und meinem Kopf entschieden hat, auszutreten, möchte ich sagen. Kommt man da schon in Zweifeln? Oh Gott, was mache ich jetzt damit? Und wenn ich dann Bikini anhabe, dann sieht man das vielleicht. Ich brauche einen Rasierer. Was für einen Rasierer? Ich bin ziemlich jung. Ich hole das billigste Teil. Ich komme später noch zu. Schwierig. Naja gut. Und dann geht es ja darum, was rasiert man denn sich da rein? Oh Gott, oh Gott. So und dann fängt man ja erstmal ein bisschen, ich sage mal vorsichtig an und gleicht so die Schenkel an und überlegt sich schon, gibt es da ein Image oder nicht? Wie mache ich das? Muss ich irgendwie entsprechen? Ja oder nein? Du musst erstmal gar nichts. Wenn ein Haar in deinem Intimbereich durch einen Rasierer gekrümmt wird, dann bist du rasiert. So, das ist erstmal alles, was du wissen musst. Ob du dich rasieren möchtest oder nicht, ist auch mal so ein Ding. Und wenn du rasiert bist, heißt das nicht Kahlschlag oder nicht, ein Zentimeter ist cool oder nicht. Alles, was du willst, ist cool. Und dann muss man so einen Intimbereich eher so wie so einen Kopf sehen, wie so eine Frisur. Möchte ich Busch? So. Möchte ich Kahlschlag? Möchte ich Landebahn? Da gibt es ja so wahnsinnig witzige Sachen. Möchte ich dann Buchstaben? Warum nicht mal kreativ werden? Kann man auch färben by the way. Da kann man sich mal so richtig austoben. Und alles, was du magst, ist cool. Und alles, was andere cool finden, können die das gerne mit dir abgleichen. Aber das sollte nicht der Standard sein. Und das Witzige ist ja, Gott sei Dank leben wir hier in Deutschland. Das Wetter ist meistens sehr schlecht. Und man hat ja hoffentlich mindestens eine Unterhose an. Deswegen sieht das ja eh kaum jemand. Und derjenige oder diejenige, die das sieht und dann sagt, das gefällt mir aber nicht so gut, der kann sich gleich verfatzen. Weil dein Körper und deine Behaarung ist dein Ding und du machst es so, wie du willst. Und dann gibt es natürlich ein weiteres Problem. Das ist natürlich sehr leicht zu erzählen. Mach, was du willst. Alles cool. Dann gibt es ja so eine Image-Probleme. Also, es könnte eventuell sein, dass ich mal mit den Mädels im Spa war. Und als wir so nun zum Spa liefen, haut mich eine Freundin an. Meistens ist man ja sehr nackt da. Da muss man sich ja schon mal drauf einstellen. So, und dann haut mich so eine Freundin an und sagt, oh, Ariane, oh Mann, ich habe mich verrasiert quasi. Ist ja auch problematisch, ne? Wenn du dann so angleichen möchtest und dann verrasierst du dich. Und dann ist plötzlich hier, aber hier ist noch, und dann musst du eigentlich angleichen. Und dann wird das irgendwie, und dann denkst du, ach komm, alles ab. Am Ende ist es, wie gesagt, nur eine Frisur. Aber es ist alles nicht so einfach, ja? Genau den Strich zu halten. Auf jeden Fall hat sie sich verrasiert. Auf jeden Fall jetzt Kahlschlag. Und sie meinte, ach, ich fühle mich nicht gut damit. Ich fühle mich nicht gut. Weil wir gehen jetzt in diesen Spa-Bereich. Und ich habe das Gefühl, Frauen mit Kahlschlag, die wirken so, als ob sie so pornoverliebt sind. Als ob sie irgendwem gerecht werden wollen. Und das möchte ich nicht verkörpern. So, man hat schon so seine Gruppenzugehörigkeit. Aber sagen wir es, wie es ist. Wir haben es alle überlebt. Sie wurde nicht angesprochen, ob sie jetzt pornoverliebt ist oder nicht. Und auch Frauen, die Busch tragen, sag ich mal, sind auch nicht per se Feministinnen und wollen allen Herren den Penis abschneiden. Also jeder macht einfach da unten, was er will. Am besten einen teureren, qualitativ besseren Schwingkopfrasierer kaufen und nicht die Billigdinger, weil dann kann das auch wehtun. Und so ein bisschen irritiert sein. Ich meine, ja, die Qualität rasiert mit, Leute. Das wäre mir noch wichtig, auf diesem Weg zu sagen. Ach ja, und da gibt es ja noch die wunderschöne Mär von der Hygiene. Wenige Haare, am besten gar keine Haare. Das macht dich einfach glatt, das macht dich einfach schön, das macht dich einfach gesund. Das riecht nicht, ja. Das ist einfach auch hygienischer. Das stimmt alles tatsächlich nicht. Die Natur und die Evolution hat sich bei so Schambehaarung schon was gedacht. Und man kann es kahl schlagen und es ist alles gut. Aber so Haare haben auch ihren Sinn. Und zwar ist das sozusagen das Schutzschild vor deiner Vulva und Vagina. Also das hält quasi Viren ab und Bakterien und Pilze und, und, und. Und eigentlich ist es super praktisch, wenn man Schambehaarung hat für deine Vulva und Vagina, weil die dann weniger Struggle hat. Das riecht dann tatsächlich intensiver. Wir reden hier von entweder gar nicht oder ein bisschen oder viel. Wir reden hier übrigens auch von Geruch und nicht Gestank. Ich möchte an die tolle Frau Gwyneth Peltrow erinnern, die eine Duftkerze hat, die nach ihrer Vagina riecht. Also ich sag mal so, das kann auch sehr, sehr gut sein. Nur, dass ihr wisst, Kahlschlag heißt nicht gesünder. Theoretisch heißt Busch super gesund. Für Busch. Also B-U-S-C-H. Das ist ja wohl klar. Wenn euch jetzt einiges klar geworden ist, außer wie man es jetzt nun macht, dann klickt mal hier. Für Männlein und Weiblein. Und hier auf Klo wird die Frage gestellt. Intim, okay, alles gut. Aber wie machen wir es mit den Beinen? Gar nicht oder nur bis zum Knie? Oben oder unten nicht? Oder gar nicht? Oder doch alles? Hier auf Klo.